Und damit herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit dem Curry, den Mafuio und den Dalgat. Und dem Alex. Hallo. Hallo Alex. Mir geht's dir Alex. Nein, ich muss Blackbeard nehmen. Das ist schon früh in der... Ah, du willst irgendwas haben? Nee, mach was du willst, was du gut kannst. Hab ich noch in 5 Sekunden mir was zu trinken und oh mein Gott. Warum hast du gesagt, du musst Blackbeard nehmen, Dalgat? Ja, weil mit dem fühle ich mich hier ganz gut im Angriff. Wir werden verarscht, wir haben viele Elite Hunter. Oh ne. Ja, aber okay, aber Elite Hunter ist ja gar nicht so doof. Ich wollt grad sagen, das geht... Aber wie haben wir den die ganze Zeit? Das ist kein Pre-Med, Leute. Der ist kein Spinner. Aber im Gegner-Team ist ein Dolphins-Banker, das ist viel schlimmer. Ey, Elite Hunter kannst du reden. Hattori Hanso ist auch dabei. Ich hab's gesagt. Sorry. Oh. Hier oben sind sie. Ah, jawoll. Oben ist schön. Alles schon offen. Hey, was ist mit der verfolgt? Du, der ist halt ein Mikrofon. Hallo, Freund. Ach, schön. Das ist heute wieder eine Spaßgerunde, oder? Oh. Immer wird immer gelacht hier. Ist es zu laut, ja? Oh, hey, jetzt hast du dem Angst gemacht, Mann. Oh, jetzt hat der ist der voll traurig jetzt. Achtung, die schießen schon raus. Alter, nicht schon wieder. Wo ist Hans Yolo, ey? Ich komm doch nie bis zu dem Haus. Das ist doch voll weit weg. Alex, lass ne Warnweste an, damit man dich besser sehen kann, oder was? Wie soll ich ne Warnweste an? Was? Ich hab doch ganz normales Kind, oder? Dennis, nimm mal bitte die Bombe mit. Ne, nimm du, Dalu. Ich bin, ich bin doch der Sniper. Nimm! Nimm! Ich glaube, Yolo stirbt. Warte, ist ja gar nicht Yolo. Das ist ja... Eline. Passt auf von dem Dolphinspanker, ne? Der heißt so. Was? Wie heißt der? Dolphinspanker. Dalu! Komm, Jungs, wir machen das jetzt. Bist du doof? Ich wollte eigentlich im Fenster werfen. Warte, ich warte nochmal. Geh rein, Dalu. Komm, Jungs. Ich geh da nicht rein. Einer ist im Keller. Da liegt doch eh ne Bärenfalle. Einer ist im Keller. Geh jetzt rein, Dalu. Pass auf. Ja, ja, geh rein. Ich... Nur für dich. Die... Ja, mach... Sag doch vorher, dass du angreifst. Ja, sie hat... Mann. Scheiße. Ja, du könntest den Entschärfer mitnehmen. Was ist hier unten los? Kann ich bitte runterkommen? Nice. Elita. Alter, Elita. Ja. Alter, Elita. Ja. Alter, Elita. Sein Nickname, Elite, ey. Ey, lass den mal aufnehmen, Teamkopf. Alter, Elite. Krass. Wie dreht man sich denn nochmal um? Geh nicht runter. Steuerung, glaub ich. Nee. Es geht nicht. Kann BlackBit... Darf BlackBit das nicht? Wegen dem Schild? Nee, das ist schwer. Der fällt rüber. Ah, jetzt. Okay. Elite, geh rein. Go. Mann, wo ist mir mein Push-Plot? Go, 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 Elite. Go inside, man. Go. Rush in. Rush in. Du bist so ein Wichser, Alter. Ganz ehrlich. Du bist so ein Wichser, Alter. Oh, Alter. Er hat vorher ne Drohne reingeworfen. Wieso hat er das nicht gecheckt? Er war mich ingame? Ja, nee. Keine Ahnung. Alex, 30 Sekunden. Ja, ich geh hier rein. Okay? Da, wo der auch reingegangen ist. Scheiße, bis ich da bin, dauert das ewig. Du musst auf mich warten und das nicht schaffen. Ja, da war noch ne Bärenfalle. Ich muss jetzt hier hochklettern. Guckst du nach links oder nach rechts, wenn du reinspringst? Ich geh jetzt einfach rein und guck nach... Von dir aus rechts. Let's go. Okay. 3, 2, 1. Tschüss, Dalu. Lol. Geradeaus, Dalu. Geradeaus. Wo können wir planten? Plente, 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 Plente. Ja, weg da! Was machst du denn da? Plente, was machst du das? Ich kann nur hier planten. Sie kommen! Achtung, der Code ist A422. Alter, hab ich mir gemerkt. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Treppenhaus, Treppenhaus. Dieses hintere Treppenhaus. Das hintere Treppenhaus. Das, was falsch rum ist. Das geht da oben. Nice. Da, Luz. Ich versuche euch doch nur zu helfen, Mann. Ja, Mariannex! Nein, Alex! Nein, Alex! Geil, Alex! Elite, Alex hat ihn weggeballert. Elite! Ich weiß gar nicht, wo oben unten ist, ey. Schön. Ja. So. Brauchen wir Westen? Ja. 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 Komm, wir gehen in die Garagne. Garage-Cafeteria. Da waren die Frikandels, ey. Wo ist denn da eine Cafeteria eigentlich? Hä? Der Nebenraum, die Küche. Die Küche meinst du, oder was? Wo ein Tisch steht. Ja, ist halt der Platz, Junge. Und der ist auch noch umgekippt, oder? Ja, ey, weißt du, was ist da vorher los? Das war bevor dein Einsatzkommando kam. Das untersuche ich jetzt erstmal, was da ist. Die Bomben schützen. So. Die Bomben schützen, ey. Hier stehen nicht mal Stühle in diesem Raum. Wie soll sich denn hier einer hinsetzen? Ja, ist halt mit stehen. Hier sind Stühle. Ach doch, hier. Hier sind Stühle. Nein, nicht. Oh Mann, die waren links von mir. Alles klar. Danke, Elite-Hunter. Kein Problem. Weil dann kann man hier durchschießen, wenn die Bomben. Achso. Ja, natürlich. Dann sag das doch, dass du das machen willst. Verzieh dich, du scheiß Kamerado. Okay, du. Braucht noch jemand ein Fenster? Ich hätte ein Fenster. Braucht noch jemand ein Fenster? Wenn schon. Nö. Wenn du so fachst. Ich guck mich nur um. Dann gönnt ihr. Brauchen wir noch Strom? Ja, sprachen wir noch. Wollen wir noch Strom? Ja, sprachen wir noch. Wollen wir noch Strom? So. Dich halts Abstand halten. Toll den Sicherheitsabstand halten. Jo, die sind hier. Äh, was sind das? Westen. West-Nord. West-Nord. Nordwest, Alter. West-Nord, Alter. West-Nord, Alter. Ach cool, wir brauchen ja die Westen. Ey. Alex. Oh mein Gott. Curry, Alter. Ey, ihr habt genau so nicht dran gedacht, Alter. Was soll denn das? Dann geh mal da hin, Alex. Ja, mach ich gleich. Ich gucke mir nur schnell Westen, damit ich geschützt bin. Da ist der sicherste Ort auf der Karte. Hier, genau hier. Ja, ja, okay. Ich stell mich jetzt da hin, ja? Okay, ich steh da. Aua! Oh Gott. Guck mal, siehste, Alex, hab's doch gesagt. Ich bin wieder Glück, haben wir die Wand nicht gesaved, ey. Alter, selbst die Hitbox von diesem Radio ist kaputt. Die Ruhe vor dem Sturm. Das brennt. Oh, die schweißen jetzt glaube ich hier auf gleich. Mach mal jemand die Hupe aus. Ist bei euch safe? Also gehen die alle Garage rein? Sieht so aus, ja. Ich glaube, die move'n aber gerade. Hauptraum kommt jetzt was. Ich hab einen. Ja, wo ist denn? Hinter mir wird aufgemacht. Ja, wo? Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Wo bist denn du, Dennis? Oh ja. Ja. Was ist jetzt offen? Hinter mir. Ja, okay, ich... Ein Gegner verbleibt. Bitte! Da gehen sie alle raus, Alter. Nice, nice, nice. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ehto. Hey, Alter, safe. Easy. Kommen sie hier ran und holen sich die Gegner ein am anderen weg. Ja, der Dalukat, der Alex, der Curry und der Dennis und der Elite. Der Elite, Alex, da rauspisch! Elite! Wahnsinn, Elite! Wallah, Elite! 115,iciv! ? Jordi! ister. Der ist wirklich motiviert. Ey, lass den noch mal Ho! Ich stell mir vor, ich stell mir vor, ob der ist wieder immer Sitz. Will man noch 8-40 Stunden Rainbow spielen. Dann die Bride noch mal als Neues Seasonial! Was ist denn jetzt los, Alter? Was ist das? Hör mal, Alter! Oh ne. Yo Garage. Die haben die Westen schon platziert. Dalu, die fragen alle im Chat, ob du aufnimmst. Ja und ich hab den Chat nicht an. Schade. Wer ist denn? Hattori Hanso, den Namen hier hab ich schon mal gesehen. Der ESL Spieler. Ja. Ja, AF-Clan. Wer kennt ihn nicht? Der AF-Clan. Wer kennt ihn nicht? Hey, komm mal her hier. Yo! Und da fragt der Dolphinsbanker. Das war ein Fangirl am Start. Aber wenn die doch meine Videos gucken sollten, dann wüssten die doch, dass ich den Chat nicht anhab. Wieso hab ich denn den Diffuser? Wo kann man sich dafür melden? Was? Das wirst du bei der Ausbildung, da wirst du gefragt, ob du den haben willst. Dennis. Nein, gib doch nicht Diffuse. Alter, nimm das Ding, Leute. Du bist nicht Fuse. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Wir haben hier so zwei Probleme vor uns. Was ist denn los? Alex, hier ist die Bombe, da. Ja, ich hol mir die gleich. Warte mal, ich muss mich hier hinlegen. Die haben gesehen, dass du die Bombe jetzt hast. Die ganze Verwirrungstaktik ist aufgefallen. Was ist das? Es ist doch nicht mehr offen. Ja, er soll es aufmachen. Er ist Hunter. Er ist Hunter, Alter. Er ist Hunter. Der Typ, Alter. Gleich ist das Fenster offen. Der hat mich immer verwirrt, wie Sau. Mach doch jetzt, Vater. Jetzt, jetzt. Oh Gott, das wird nichts. Aua. Ist ein Fenster offen hier? Was macht der Elitier? Der Elitier. Also ich hab keinen, der hat Schiss irgendwie. Der versucht es, guck mal. Jetzt hat er nichts mehr, glaube ich. Wir müssen auch einen anderen Weg. Ich glaube, die Besten sind alle. Der ist der Blubber. Was war das denn? Curry, was machst du da in dem Haus? Ich hab ein bisschen gesprengt, ne? Bist du durch das Fenster hier reingegangen, wo ich bin? Ja. Der Elitier steht da unten immer noch. Ist passungslos schockiert. Komm, Alex, geh mal rein. Ich will da nicht. Komm, Alex, geh mal rein. Das sieht so schön da drin aus. Ja, ich mach das. Pass auf. Aber zuerst glaub ich dir was. Okay, ich komm mit. Okay, wir machen zusammen. Okay. Wo rennen wir denn hin? Geradeaus oder links oder rein? Scheiße. Okay. Naja, wir gehen hier rein. Der Dropper oben ist auf dem Currywassers auch? Nee. Hier ist der Dropper oben. Hier ist der Dropper oben. Hier ist auf jeden Fall. Ich hör Schritte. Woll grad sagen. Da. Bist explodiert? Ja, hinterm Wellen steht einer. Bist explodiert. Hinterm Wellen steht einer. Oh, er hat's aufgekriegt. Ah ja. Die aimt ab. Wartezimmer. Die Hattori. 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 Heißer oder sonderle? Sonderle, sonderle, mammole, mammole. La puta. Jawoll, Alex. Krass der Action bei mir hier. Der schieft direkt die ganze Wand, ey. Problem ist, wie ist er denn? Die zeigen sich halt nicht, ne? Schade. Schade. 15 Sekunden. Ja, ja. Ich komme. Jawoll. Jetzt Nalu wird zum Monster. Ja. Es kommt halt keiner. Hinter euch. Hinter euch. Hinter euch. Ja, ist ja egal. Schade. Es kam keiner zum Abschießen. Ja, war keiner da, ey. Guck mal, wie ich mich da dreh. Hallo, wo sind sie denn? Keiner da? Wer will? Wer will? Wer will? Ja. Aber wenigstens bin ich nicht gestorben, ne? Ja, Elitland hat ja 5 Stunden gebraucht, wenn sie es da werden. Lobby? Okay, alles klar. Lobby, Presse. Presse. Die Loresse. Der Margarito. Der geiler Fickbolzende. Wir gehen jetzt erstmal in Proby rein. Ah. 2-1, ey. Das wird nochmal heikel, ne? Lalu. Was war da eigentlich beim Ball los, Lalu? Was denn? Das lief doch nicht so gut. Das war nice. Wir sind Elfer gewonnen. Ja? Nee. Gleich? Nein. Das ist immer geil, ne? Weil die Folge guckt ja danach und dann immer so Fragen so, ja, eh. Achso, das neue Ball, das haben wir gewonnen. Ja. Ja. Ja, wir auch. Achso, wir hatten auch echt. Aber wir haben mit Dalu geteamt, ne? Ja, ja, genau. Hat nur keiner mitgekriegt. Ne. Weil uns die Caster eh nicht eingefangen haben. Ja. Die fangen uns nie ein, ey. Auch nicht im Finale. Bleiben noch 10 Sekunden. Da guckt niemand den anderen zu. Oh, und im Finale, ich so. Gegen zwei. Es leben noch zwei, aber da werden die Namen nicht genannt. Die boycottieren wir einfach, ey. Ja, Leute, das war's. Keiner hat gewonnen. Warte, Action geht ab. Hä? Was ist denn mit dir? Warte, Action geht ab. Ich bin motiviert, doch. Warte mal, wo kommen die denn jetzt hier? Hast du schon was gesehen oder gehört? Die machen doch easy einfach Hauptraum. Ja, da geht's gut auf. Hauptraum, auf geht's. Schon offen? Ja, Gläs haben so daraus hingekommen. Bleib genau hinter mir. Weißt du, wo der ist, Dalu? Ne, ne, ich wollte wirklich warten, bis die reinkommen. Da liegen nämlich noch Nadeln. Okay, er ist links. Ja, ja, linke Seite. Von wo können die was pingen? Oh shit, oh shit. Ja. Ich glaube Lobby, oder? Da so. Oh, 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 oh. Ich hab ne Idee, Chloy. Einer ist close, Alex. Du hast den Stachel da, ja ne? Ja, ich hoffe, dass die Nadeln vorher triggern. Ja, wieso geht das nicht? Weil gemutet ist. Hä? Na, kann man selber eigentlich. Eine Nadeln weg. Alter. Hauptraum Nadeln. Ich bin voll flasht. Ich bin voll flasht. Aber ich glaube, ich hab einen. Ja doch, ich hab einen. Die Anzeige geht ja trotzdem. Der RTD ist nicht einfach rein. Ah, der steht nach draußen. Links oder rechts? Links. Hallo. Hm. Keiner will mit uns spielen. Nee. Sie wollte rechts in der Ecke planten. Er wird sich wieder zurückgezogen haben. Ja, Glassner ist halt gerade echt nervig. Ja, ja, der hat Smoke. Ja, pass auf. Glass. Der wollte in der Ecke planten. Jetzt hat man in die Nadeln get... Er plantet. Wo? Hab ich. Lauf der eben ab. Ja, egal. Diffuser liegt. Der ist immer noch links. Ja. Wo steht der denn links? Wer zu sagen halt. Der Diffuser ist auf jeden Fall gedeckt. Wenn einer den Diffuser aufhebt, läuft der Nadeln rein. Ja, immer noch links. Das steht genau in der schrägen. Kannst du ihn eigentlich kommen lassen. An der Tripo oder was? Okay, er ist tot. An der Tripo, ja. Das gibt's nicht, Alter. Der hat so wenig HP noch. Diese, Alter. Draußen oder was? Ja, da. Wechsel Magaziner. Da liegen drei Nadeln im Eingang. Lass ihn mal reinlaufen. Er kann nichts tun. Er kann ja nicht pläten, wenn er eine Nadel hat. Lass ihn wirklich mal reinrennen. Okay, ich mach zu. Er kann nicht... Er kann nicht... Oh, Elida hat er... Ja, du Pfeife. Nein. Du kannst, glaube ich, die Bombe nicht legen... Ja, war klar. Du kannst die Bombe nicht legen, wenn du eine Nadel im Fuß hast. Dann wäre die Zeit abgelaufen. Das stimmt, das stimmt. War ja langweilig dieser Niederhandel. Ja, fand ich jetzt ein bisschen sad. Hätte lustig sein können. What? What? Wie bist du denn? 4 vs. 6 oder was? Wir haben vielleicht einen mehr als wir. Also Alex, es ist ja noch kein Grund, wie er in der Runde schon hätte sterben können, ja? Ich bin nicht gestorben. Ich hab mich gehofft. Ich hab mich gehofft. Ich hab mich für das Team vor die Kugeln geworfen. Also, inzwischen eigentlich. Oh Mann, ey. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Wir müssen eine Bombe aufspüren. So. Seit 2002. Oh Gott, ey. Hey. Stimmt mal vor, so. Das war mein bester Freund seit 2004. Davor war ja nur ein Freund. Seitdem hat er dann in mein Freunde Buch reingeschrieben und dann war es soweit. Und er schreibt dann so. Okay. Hallo. Hey Dalo, ey. Oben wurde kaputt gemacht, also oben sind drüber, ne? Dalo, ich wollte dich mal was fragen. Als du hier abhaben warst, bist du auch mit dem Kart gefahren, ne? Ja. Ist das eigentlich da so, ähm, irgendwie Standard? Weil das sieht man ja voll oft so. Also machen die... Das sind so Touren, die du da buchen kannst. Ja. Das ist super nice. Das macht ja die schöne Tür wieder kaputt. Genau. Das machen die dreimal am Tag. Also drei Touren gibt's am Tag, die du machen kannst. Entweder anderthalb Stunden oder drei Stunden Tour. Welcher hast du? Die anderthalb. Aber nächstes Jahr will ich auf jeden Fall die Drei-Stunden-Tour machen. Drei Stunden, Alter. Das... Die Zeit ging so schnell rum, weil es ist ja wirklich so eine Art Sightseeing-Tour. Das war mega awesome. Du sitzt ja auch die ganze Zeit, ne? Und fährst Auto auch. Du bist sowieso voll fokussiert, weil du halt an LKWs und so vorbeifährst. Ach du hattest einen Bowser-Anzug an, ne? Ja. Aber es hat die LKWs auch nicht abgeschreckt, da mal einzuschern. Ey Alex, geh mal rein, komm. Also ich glaub hier oben, äh, über B sind die. Auf jeden Fall mindestens eine. Wir waren Elite-Hunter davor schrecken, Mann. Stimmt, die haben ja oben die Decke weggemacht. Hä, was ist denn das für ein Raum hier? Ich kenn den gar nicht. Ach, das ist hier. Ich glaube, auf welcher Ebene viewst du gerade? Das ist auf... Ey. Okay. A rechts in die Ecke. A rechts in die Ecke. Ganz rechts in die Ecke. Wir sollten uns auf R auf A konzentrieren. Deren Defense ist doch auf B besser. Alter, liegt der Hand auf dem Steck nicht voll Spaß. Wohin? Wohin? Ja, ich seh ihn noch, aber ich konnte schieß mal, der ganze Bild gewackelt hat. Ich hab keine Ecke. Ich brauch ein neues Schrank. Nein, hier ist Alex. Rechts, ganz rechts. Rechts, 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 rechts. Bei A. Du hast den Entschärferweil. Der hat den wirklich ganz... Alter. Shit. Alex, du musst... Hast du eine Pistole? Äh... Ja. Ja, aber kein Desert Eagle. Könntest du mich einmal anschießen? Ne, normale. Wo bist du? Das ist so ein netter Gefallen, den der Alex dann tut, dem Dalut. Ich komm auf der Seite runter. Könntest du mich einfach anschießen? Entschärfer wurde zurückgeholt. Ja. Wow. Schieß doch auf, Leute. Wow. Warum hast du so wenig... Ich hatte noch genug, ey. Nice, nice, nice. Ja komm, dann machen wir das jetzt richtig zu Ende hier. Aua. Du hast den Nadel öffnen. Aua. Du brauchst also 33, also über 30 AP. Ich dachte über 20. Also einer hinten. Das heißt zwei... 30 Sekunden. Kann doch nicht sein. Ja, das war schon Elite-Feier. Äh, Elite-Hunter-Prefer. Junge. Mach ihn weg, jawohl. Junge. 15 Sekunden. 15 Sekunden übrig. Und Nadeln in den Türrahmen. Die weißt du liegen, oder? Wegen, legen, legen. Okay, ruhig. Okay. Komm von links. Treppe, Treppe links. Treppe links. Nein! Was? Alter, hat der gerade durch die Wand geballert, oder was? Nee. Krass, krass. Die war drin. Ja, die war drin. Okay. Oh, neben die Wand gepustet, ey Bro. Was ist denn hier los, ey? Das dauert immer, dieses Abbrechen von dem Fusen. Ja, du musst doch diesen hochintensiven Cover da ablegen. Ja. 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 Dass du den erstmal aufgeklappt hast, ey. Das ist auch wirklich schwer. Wegen dir habe ich jetzt einen Tod durch einen Teamkill. Warum bist du eigentlich gestorben, Darlow? Was ist denn das? Ich finde, das sollte man nicht tun. Warum habe ich schon wieder einen Hyping, ey? Wenn ich nicht habe, hast du eine Pistole, wusste ich, was passiert. Wie viel Leben hattest du eigentlich noch? Sechs? Dreizehn. Ne. Oh. Doch, deswegen bin ich davon ausgegangen, es reicht. Wie glücklich. Ich dachte, über zehn reicht. Ich glaube, du warst 14. Na, rein sie mich ganz laut, ey. Ich glaube, du warst 14. Du hast auf den Kopf geschossen, ey. Ey Leute, bevor ihr weglauft, bleibt bei mir stehen. Ja. Es reicht. Der Vater hat gesprochen. Der Vater ist im AOL-Clan. Und der Bankraubt den anderen da. Der Bankraubt den anderen da. Nein, das ist der Dolphins-Banker. Oh man, Leute. Au. Jetzt ist der wieder richtiger Bayern-Fern, Anne. Lass mal richtig pieken, Joey, okay? Wen wollt ihr das wieder? Ja, danke Dennis. Das war richtig piek. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Das haben wir einfach an einem Film zu erstellen. Das ist eine geile Idee. Was ist das denn? Das ist moderne Kunst, ey. Was ist das? Warte mal. Ich beende das, warte. So. Guck mal, das sieht doch schön aus. Ey. Alter Taloo, ey. Nur weil der kein Spaß haben kann. Oh ja, hier ist sowas von Spaß. Ich war das nicht. So. Twitch Drohne, glaube ich, im Hauptraum. Hier auf meiner Seite im Badezimmer. Reingeschossen. Hier geht doch irgendwas auf. Achso. Das war ich. Und Joey ist auf. Pass auf, Badezimmer rechts, ey. Oben, äh, hier oben auf dem Dach. Ash. Bei uns ist es auch... Ash hat aber schon kassiert. Ich glaube, die ist nicht drin. Nee. Hier unten? Ja. Der wird, der nicht. Was haben die für eine krasse Taktik vor? Ja, hier wird es gesmoked. Da wird wahrscheinlich jetzt gleich ein Gleis durchfluchen. Da liegen... Übrigens hat... Oh ja. Oh ja. Hier ist auch auf. Taktik der offenen Tür. Was? Hier ist auch irgendwas auf. Wo ist der eigentlich nicht mehr auf? Da. Da. Der lebt noch. Jetzt ist er down. Der hängt auch an einem Fenster. Nicht mehr. Das wird ziemlich brennen. Junge. Nee, warte mal da. Da ist gar keiner down. Doch, ich habe einen down geschossen. Der liegt hinterm Schreibtisch. Nein. Dann wurde er schon gekillt. Ja, 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 ja. Okay, okay. Das wurde gerade nicht angezeigt. Das wird ziemlich brennen. Hä? 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 Da wird die von hinten machen. Oh, fast geklappt. Ich habe nur daneben geaimt. Alter, der Stirn war übelst laut. Garage. Oh, Alter. Von links. Fuck, man. Äh. Doppelfenster. Der Balkon davor. Ups. Der Dalu und seine Nadel, ne? Der ist richtig für die Kampföne auch. Ey, der ist nicht, ey. Der ist richtig für die Kampföne auch. Du bist so ein Lacker, Dalu, Alter. Das ist unfassbar. 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 Die Nadeln. Kein Problem. Wenn die Nadeln richtig liegen, dann machst du nix. Boah, wie sie umfällt. Du im Gesicht. Alter. Was zur Hölle. Auch mit den Shorts. Kein Problem. Wenn der Dalu mal nageln kann, ist er glücklich, ne? Täglich Brot. Guck, wie er da noch den auf dem Zahnstocher rumkauft. Ah, Leute. Ja. Geile Runde, Alter. Haut da rein, Simon. Schwitter, nächste Folge, ne? Kommt. Ja, sicher, ne? Haut rein. Macht's gut. Hey, wieder Gold 1. H¿AH! E No. Hgeh. Cyber. B Squat. HDI. B